Es ist geil, den Gaktus-Sorber mitzunehmen. Fahr mal weg, gerade wie vom Gaktus-Sorber. Richtig geil. Oh, wir haben die Tür mitgenommen. Und ein Bett. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Das Geräusch hat dauernd, ne? Möchte man geradezu mitsingen. Da, 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 da. Da, 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 da So, jetzt gehen wir erst mal weiter auf Gehirnejagd. Vielleicht finden wir noch was Hochintelligentes. Wuhaha. Wahrscheinlich kriegen wir aus dem Teil auch kein Gehirn. Au. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Es springt lieber draußen rum, anstatt uns anzugreifen. Und das war sein Ende. Ernsthaft will ich jetzt gerade den scheiß Kaktus fressen? Wie dämmlich bin ich denn heute schon wieder drauf? So, dann buddeln wir uns hier erst mal rein. Dann können wir uns dann da unten noch rausbuddeln. Wuhaha. Nicht ins Gift, nicht ins Gift, nicht ins Gift. Gift ist ungesund. So, wahrscheinlich sind die Viecher irgendwie hochintelligent. Hm. Inferior Brain. Wahrscheinlich müssen wir dafür wirklich intelligente Rassen töten. So, dann laden wir jetzt mal kurz unsere Energy wieder auf. So, voll. Oh. Ist tot. Hm. Ach, die Viecher haben gar keinen so einen Kampfinstinkt, die rennen lieber. Naja gut. Damit sind sie zumindest noch schlauer als die anderen Viecher, die uns angreifen, dabei sterben. Daneben. Alter, wie konnte ich aus der Distanz verfehlen? Nein. Ein Glück, dass ich mich nur retten konnte hier. Wieder Silberchen. Silber, 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 Silber. Yay, Silber. Da baue ich mir eine... Keine Ahnung, was baue ich mir aus Silber? Silberrüstung habe ich ja schon. Wir gehen lieber. Das hört sich doch nicht so wirklich gesund an. Nehmen wieder hier unsere Spezial-Desintegrations-Waffe. Hey, was habe ich denn da schon wieder gefunden? Oh, fuck. Ja, gut, komm, den machen wir. Au. Au, vielleicht gibt der uns ja hier Gehirne. Au. Daneben. Hm. Und, was hat er gedroppt? Puh, was brauchen wir denn? Ich komme, eine Taschenlampe, die benutzen wir doch eh nie. Wire. Wire. Draht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwas zur... Wir haben doch was zur Regeneration. Komm, das Scheißzeug brauchen wir ja nicht mehr. Na gut, es regeneriert jetzt nichts von. Halt uns einfach einmal. Okay. Uah. Ach. Wir werden es besiegen. Euch unsere... Alter. Aua, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich darf jetzt nicht sterben. Na gut, komm. Komm. Hm, okay. Das mit der Regeneration ist, überlegen wir uns nochmal. Alter, das ist nicht mit mir rumschleppt. Das doch ab, Arti. Ich will das nicht rumschleppen. So, dann stellen wir das Bett einfach so hierher und pennen jetzt mal eine Runde. So, das ist bestimmt überhaupt nicht schädlich, wenn man so mitten in der Natur einfach sein Bett hinstellt und da anfängt zu pennen. Überhaupt nicht schädlich, nee. Hm, hm, hm. Man könnte ja auch nicht von wilden Tieren oder sowas angegriffen werden. Gar nicht, nee. So, ich rechne jetzt damit, dass irgend so ein overpowered Viech jetzt kommt und es platt macht. Na mal schauen. Wetten werden noch angenommen. Wer wettet dafür, dass uns ein overpowered Viech fertig macht? Wer wettet dagegen? Die Wettchance steht 1000 zu 1. 1000 für das Viech, 1 für uns. Schlimm ist, ich sag die Wahrheit. Also sich in dem Bett zu regenerieren ist auf jeden Fall sehr schön. Es geht sehr schnell. Es geht auf jeden Fall sehr schnell. Dauert überhaupt nicht lange und... Also ich meine, das Viechschla... Das Viechschnarchen... Das Viechsch... Mann, ne, ist... Au! Au, 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 der hat eine Schrottwaffe, eine Schrottwaffe, aber man ist auch schwache. Au. Na gut, den kann man zwar nicht ausweichen, aber... Alter. So, wir haben es besiegen. Haben drei Pixel dafür gekriegt. Mh... So. Naja, vielleicht hätten wir lieber mit dem Gehirnextraktor rangehen sollen. Es wäre zwar ein... Durchaus härterer Kampf geworden, aber... Wir hätten da vielleicht diese scheiß Superior Brain bekommen. Naja, wir wollten sowieso noch das Labor da unten erkunden. Ich denke, bleiben wir einfach mal bei Schwert und Pistole. Mit Fire and Swords, wie ich es ja in der... Alter, das ist so ein Klappergestell. U.S.C.M. Oh, wie süß. Das sind immer kleine Roboter. So, ist mal hier. Hiyo. Greifst du mich an? Au. Au. Alter. Ich weiß zwar nicht, was es uns bringt, aber... Keep calm and... Ja. Das kann man nicht mehr lesen. There is no need to be upset. Wah. Da war ein 5 Pixel. Oh, cool. So ein... Cannon Food. Ja, so ein Dosenautomaten. So eine Winding. Und da ein Trinkwasserspender. Yeah. Ich denke, das Ganze bringt uns effektiv eh nix. Dann gehen wir jetzt vielleicht mal hier mit unserer Spezialwaffe, die irgendwie total schwach ist. Au. Oh, shit. Oh, fuck. Das würde uns jetzt töten. Dann gehen wir jetzt mal lieber nach oben, ruhen uns nochmal aus. Warum mache ich mir auch keine Bandagen, ne? Na, jetzt kriege ich den... Die... 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 Die Scheiße dafür ab. Naja, gut. Dann warten wir jetzt nochmal. Bis unser Held sich... Regeneriert hat. Und dann... Wir könnten uns ja eigentlich durch die Decke buddeln. Da haben wir bestimmt Bomben dabei. Bombi, Bombi. Warum habe ich eigentlich so viel Scheiß Eisen dabei? Oh, ich habe so eine fürchterliche Vorhine. Eine Bombehammer. Alter, einfach nur 14 von diesen... Infernalen Gehirnen da. Niemand weiß, was er damit erreichen will, aber eine ganze Menge. Boah, wenn ich den so schlafen sehe, wäre ich irgendwie selbst total müde. Irgendwann. Na komm, die Leben da müssen reichen. Diese Health Points. Und... Hacken, 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 hacken. Candy Apple Blueprint. Ähm, was lassen wir dafür da? Ich kann mich davon immer in die Träne. Candy Apple. Das sieht doch gut an. Kann man den Kaktus hier... Du brauchst jetzt so einen scheiß Pot. Hier, nimm. Ja, nimm. Puh, lecker Essen nicht am Arasch. Learned a new... To craft a new item. Okay, das scheint wieder einer von diesen schwachen Einheiten zu sein. Boah, so ein scheiß Roboter. Ha 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 ha. Ah, damit habt ihr nicht gerechnet. Hä? Boom. Das ist Crunch Blade. Sie haben doch schon... Wir haben doch schon schon ein schwächer Schisch. 18. Unseres macht 20. Ist nach wie vor besser. Ich will das nicht benutzen. Das ist scheiße. Das hat mir fallen gelassen. Ich will das aufheben. Warum haben wir ein Holzdor dabei? Secret Board. Das braucht man bestimmt alles nochmal. Au. Fuck. Wir haben keine Bomben mehr. Peng, 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 peng. Huah, huah, huah. Das Beste ist ja, wir haben es überlebt. Jetzt müssen wir aber erst mal nach oben und uns regenerieren. Aber wir sollen schon wieder drauf gehen. Es wäre nicht so unser... Okay, next try is a good try. Okay. So. Okay. Und nochmal legt sich der Gehirnjäger schlafen und freut sich seines Lebens. Na komm. Regeneriere Essig schneller. Wir müssen das ganze Ding da unten noch infiltrieren und auseinandernehmen. Hm. Like, wer den Feld checkt. Ja, komm. Hm. Ja, und was macht ihr heute noch so? Also ich schau einer Pflanze beim Schlafen zu. Ist doch wunderschön. Einfach mal die Ruhe genießen. Hm. Ja, aber es ist doch wirklich so. Ich denke, wir Menschen nehmen uns einfach viel zu wenig Zeit und haben allgemein irgendwie andauernd zu viel Stress so, dass wir einfach uns die ganze Zeit selbst unter Druck setzen. Wir nehmen uns auch gar keine Zeit mehr, um einfach mal uns einfach mal hinzusetzen und nichts zu tun. Wie ist es mit dir? Schreib's doch mal in die Kommentare. Bist du auch einer von uns vielen Menschen, die einfach durchs Leben raschen, irgendwie versuchen, möglichst erfolgreich zu sein? Oder gehörst du zu jenen, die sich gerne einfach mal hinsetzen und nichts tun? Also ich gehöre ja ganz ehrlich zu diesen Nichtstuern. Ich hau lenkst du eigentlich den ganzen Tag. Na gut, jetzt nicht den ganzen Tag, aber ich stresse mich einfach nicht. Peng. Peng. Noch mehr Wire. Personal Lock. Naja, okay. Das hier sind Bücher ohne Idee. Jo, Mann. Die lassen wir alle liegen. Es bringt uns effektiv eh nix, die mitzunehmen. Blalalalab. Nein. So. Alter, hinten steht es noch zum Schrotz hinten, Heini. Jucke, Zombie. Wie ist denn der da fallen gelassen? 21. 21. Aber verbrennt halt nicht. Ne, das ist es halt. 17. Oh, komm, haben wir mal weg hier. Das war auch scheiße. Dann haben wir das scheiß Teil auch mal weg. Gucken, wir brauchten schon so einen Scheiß, Alter. Da ist unsere Hacke. Diese scheiß legendäre Item haben wir mal weg. Macht doch auch nur 20. Die sind nicht so gut. Na, so ein Wurm. Die ist wichtig. Nicht so gut.